Hallo, ich bin's und heute spielen wir mal ein ganz besonderes Spiel, es heißt, habe ich jetzt gerade vergessen, aber es ist ein sehr gruseliges und ich starte das Spiel jetzt mal, ähm, ja, ich starte es, Moment, sehe ich gerade nicht, ach, hier, Launch, Launch. So, jetzt ist das schwarze Bildchen. Ach, schon, ja, so, ist fast geladen. Trust me, man, don't feel the sound, don't feel the sound. So. Das Spiel ist von Slender, oder auch damit gemacht. So wie ich höre, ähm, startet man eine Frau. Ähm, ja. Ah, genau, Hospice, oder Hospice, oder Hospice, oder Hospice, oder Hospice, eins von den Namen. Also, so könnte das heißen. Also, ich bin jetzt hier, ich weiß nicht wirklich, wo ich bin, aber ich kann euch sagen, ich muss acht Seiten oder so finden. Und, ähm, hier läuft irgendwo ein Psycho-Mann rum, der ziemlich lange Beine hat und sonstiges. Und ich habe auch einigermaßen Schiss. Und ich spiele jetzt einfach mal. Hier ist noch nichts. Was ist das? Ich glaube, das ist eine Psychiatrie, kann das sein? Ich habe so Schiss vor solche Ecken. Oh, Mann. Oha. Eigentlich spiele ich sowas auch nicht alleine, aber was sein muss, muss sein, ne? Das sieht ziemlich angsthaberisch aus. Was ist das? You mate, bro? Hm. Der Kopf von Foo. Ich muss schon sagen, sehr interessant, was hier so alles steht. Ja. Laufen wir mal da hinten rein. Ich schwitze schon fast so stark wie Joel Sire, der am Wasser zu, am alten Essen wohnt. Bei Anfrage gebe ich auch gerne die Telefonnummer und Handynummer raus. Ich wette mit euch, wenn ich jetzt nach links gucke, ist da einer. Oder auch nicht. Aber ich habe sowas im Gefühl, dass hier irgendwo jemand ist. Ich провere. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020